Willkommen zurück zu Let's Play Agorist Generation of War Zero. Im letzten Part haben wir erfahren, dass die Gegner Skills einkaufen waren, also wird es für mich höchste Zeit, sobald ich es nochmal kann, auch zu tun. Und ja, jetzt mal gucken. Zwei Kämpfe waren es. Und mal gucken, was jetzt kommt. Ich hoffe nicht noch mehr Kämpfe. Ich hoffe nicht, dass es ein Foto gibt. Ich bin kein Problem. Ich bin dein Kiel-Mix. Das ist kein Problem. Ich bin dein Kiel-Mix. Okay. Ich habe das Wort verholt. Ich kann nur die Wiederholen und zurückkehren. Das ist nicht so, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe nur noch ein paar, die Meteor-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter. Ja, bitte. Wir werden über die Blas-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter. Puh. Okay. Fehlt also nur noch... Äh, fehlt also noch ein Material, bis es dann irgendwo anders hingeht. Und anscheinend geht es dort hinten jetzt weiter. Da kann ja nicht mehr viel kommen, theoretisch, oder? Aber unterwegs gibt es noch ein paar Events, also rein da. Linda! Es ist schwer! Was? Du bist jetzt so viel, weil du nachher gehst. Das ist nicht so! Okay, bitte. Sagen Sie mich. Ja, ja. Was? Wie sie doch auf ist. Zeig. Zeig. Äh, das ist, das ist... ... 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 E? Da... ちょっと待って... 隊長に... お... お見合いバラスの浮上... ってこと? なんなのよそれは! そんなの聞いてないわよ! いつよ! 正式な日取りは知らんが やっぱりこの任務が終わったら... じゃないか? 無事任務達成! あなたって奇跡? そのままゴールインってこと? そこまでスムーズにいくとは限らんが... もしかしたらそうなる可能性も否定はしない くっ... ライバルはここだけでなく... 他にも... 私としたことが不活だったわ! 目の前のさやあてに夢中になり... その可能性を失念するなんて! はっ... その理論で言うなら... 隊長を狙うライバルは世界中に! この地上にあふれている! 万物のすべてにライバルという神が宿り... この世の事象を左右していると言っても過言では! うん... こっさに新しい神を作るな! ああ... なんてこと... 落ち着きなさい... ユージ... まだ神が我らを見捨てたとは限らないわ! ああ... 俺は落ち着いてるぞ! こうなったら... もはや一刻の猶予もないぞ! ここでお前が騒いでも... 乗り気なジークを止められるわけじゃないからな! どっ... トシオ! トシオ! あら、くくれ! お前に残された選択肢は二つ! この話をぶち壊すか、永遠に口を閉ざすか、二つに一つだ! そんなの... そんなの... 決まってるじゃない... ぶち壊すのみよ! 隊長のことは、一緒にいたあたしたちが一番知ってるのよ! それにここには隊長を... せ、慕う人が... そ、少なからずいるんだから... それを差し置いて、どこから... かっさらもうなんて... あたしが許せない! はい! 大丈夫だよ! お前はリンダにもお前を見たり、それにもフリーデリンで。 さっき、リンダ! そして、 お前の竹をぶちまけるんだ! うん。 お前はそろに骨を開けて。 お前は、 何を押さえようとするのが、 Beides. Beides. Wohl eher letzteres. Ich meine, eigentlich würde Linda Eugene schon hunderttausendmal töten, aber irgendwie nicht passiert. Ich meine, das ist das Wohlfühlen. Ich bin der Wohlfühlen, dass ich die Wohlfühlen möchte. Ich werde jetzt das Wohlfühlen lassen, oder? Ich werde jetzt das Wohlfühlen machen. Ich werde jetzt die Wohlfühlen. Oh... Es gibt ein Gespräch! Oh, das war gut. Ich habe ein Gespräch mit dir. Nein, bitte, bitte. Oh... Ja. Ich habe dich über die Frage gehört. Genau. Dann... Zeke Hight! Ja. Ja. Ich bin. 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 Deswegen, bitte nicht an den Gespräch. Ich bin. Warte, warte mal. Was für das für möglichkeiten? Oh Gott. Ich mein. Stimmt das jetzt überhaupt mit dir? Ich weiß nicht, dass Sieg wieder für Sachen gemacht hat, die wir nicht wissen. Ich täte mal nicht, dass die Eugene das einfach nur so sagt, aber hey, das ist wahrscheinlich wieder was anderes, was wir sagen wollten, von wegen Proposal und so'n Scheiß. Aaaaaahhh. Noch ein Zeier, ne! Speer. Ich meine, ich benutze sie ja auch gerade so, daher. Linda? Linda. Ich habe mich mit meinem Namen gebeten. Ist das alles passiert? Huh? Ich habe mich mit Linda gebeten. Ruhig bleiben und zuhören. Ruhig bleiben und zuhören. Ruhig bleiben und zuhören. Ruhig bleiben und zuhören. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben und zuhören. Also das ist es ein Geist. Ruhig bleiben und zuhören. Ja, das war das. Ruhig bleiben. Ich bin ein glückliches Freund, aber ich bin ein glückliches Freund. Aber ich bin ein glückliches Freund, wenn ich wirklich so liebe, dann wünsche ich dir die Glück. Das ist meine Freundin, oder? Ich bin ein Freund, oder? Nein, ich bin ein Freund. Nein, ich bin ein Freund! Warum ist das eine Freundin? Das ist mein Freund. Kaffee? Ah, ich habe etwas im Verpacken. Aber wir wollen den Bericht mit einem Begreifen machen. Wie ist der An improv? Nein, das ist ein from YurJay. Das war's... Aber... Ah! Na... Naernnda! Hahaha! Ah... 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 Er... Oh, ich habe euch einen Reise. Ich habe euch das Wort, was ich dir... Ich habe euch das Wort... Ja, ich habe das Wort! Ich bin nicht nur einverstanden, aber ich werde es nicht mehr sehen. Oh, was er? Ich habe mich zu verletzen, was ich kann. Ich bin aber ein Dank, was rauskommen. Ich kann mich nicht sagen, was ich? Ja, ich kann mich nicht sagen, was ich? Warum hast du dich in deinem eigenen Haus? Ach, was hast du gemacht? Ich kann mich auch für meine Mutter. Das ist nicht so, was du! Der Verrugger! Der Verrugger! Kuck mal! Geh an! Ich bin mir vor! Juhu, ich bin nicht mehr... Ich habe mir nicht mehr gesehen, ich habe es gut gemacht. Wer ist denn derjenige? Wow, das ist so schwer! Aber das ist gut, oder? Das ist nicht so schwer! Ich glaube, dass ich halbwegs die Ergebnisse gesehen habe. Ich habe mich geholfen. Das ist gut. Ah, das ist das ... Ich kann mich auch ... Ich kann mich auch ... Ja, natürlich ... Wie war das jetzt schon? Ich bin schon wieder aufgeregt. Was? Ja, ha ha ha! Das ist ja, dass ich mich noch nicht aufgeregt habe. Ich bin schon wieder aufgeregt. Ich bin schon wieder aufgeregt. Dann, also... ...J... ...Jig... Hm? 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 Ich habe mich schon gesehen. Vacation Day Action Points have increased. Esoteric Book 2... Mein Gott. Was ist denn hier jetzt noch für Quest? Achso, das Ding. Das Spiel bringt mich noch rum. So, haben wir hier unten noch was Neues an die Event oder so? Nope. Alle klar... äh, falsch. Ja, genau. Gut, dann haben wir jetzt hier noch ein Event. Ja, das sind wir jetzt wieder. Und dann ist das, was der Zeit auf die Welt zu kommen. Ja, das ist einfach. Das ist nur das, dass die Kraft des Verletzungsmöglichen. Das ist das, was Mäki braucht. Ich persönlich kann, dass Mäki nutzen kann. Das ist schon nur eine Wirklichkeit. Das ist genau, aber... Ich verstehe mich nicht, was ich mit ihr. Ich weiß nicht Ich kann es nicht mehr tun, was ich mit der Kopfschmerzen. Ich habe keinen Sinn gemacht. Ich habe mich mit vielen Problemen. Ich kann sie der Elnest dann trinken, ich kann es nicht sein. Der Links sieht mir aber nicht so danach aus, als ob ein Labe des Lichts wäre. Ich sehe, dass wir den Weg mit den Händen haben. Ich sehe, dass wir die Hände nicht so langs. Das ist nicht so, was ich. Ich werde dir das Geek-Height nicht verletzen. Ich werde es tun. Ja, das ist gut. Dann, ich werde es nicht verletzen. Ich werde es kommen. Okay, anscheinend gibt es hier wieder wirklich schnell Punkte zu verteilen. Hmm, das ist auch ein bisschen... Ich habe die Wettbewerbe, aber ich habe keine gute Idee gefunden. Oh, 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 das ist... Oh mein Gott. So. Wen haben wir hier denn sonst noch? Irgendwie kaum noch wen. Dann gehen wir mal in den Wald. Das Outfit könntest du öfter tragen. Ja ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Ja ich bin ja schon da. Ah, es gibt auch einen Kind. Das Name ist John. Ha ha ha. Es ist so warm. Ich bin schon so ein wunderschön. Ich glaube, du hast angefangen, mich nicht mehr Käpt'n zu nennen. Oder ihn, oder was auch immer. Oh, okay. Äh, nur noch Tetora und Mimele. Dann gehen wir mal zu Mimele. Und sie hat gesagt, du hast keine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber... Du bist schade, G-Kun. Oh. Mimele, du hast die Lüthi für die Lüthi. Du hast die Lüthi für die Lüthi. Ja, das Outfit könntest du auch öfter haben. Hehehe. Die Lüthi ist auch gut. So, dann haben wir das schon mal wieder gut gemacht. Tätora und Rootier. Gehen wir einfach mal wieder zu Linda. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Wenn du dich vor dem Mann vorst, dann bin ich auch noch nicht so. Ja, das ist ja. Ender, dear. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wo gehen wir jetzt hin? Wenn ihr irgendwie dazu verdonnert, einfach mal das hier zu machen... Ist immer lustig mit Eugene, von daher... ...ist immer lustig mit Eugene, von daher. Ja... Huh? Die Frau? Ich hab' den Namen, bevor ich mich verliebt habe... Natürlich. Ich hab' den Verlustgericht, aber ich hab' den Verlustgericht... ... und ich hab' den Verlustgericht... Feuerschwert ist cool. Ich würde das Feuerschwert jetzt mal angucken und dann wahrscheinlich komplett aufrüsten. Einfach mal machen. Und dann mal gucken, ob es besser ist. Und dann werden wir sowieso im nächsten Part komplett die Skills und so weiter aufrüsten. So, Equip. Wir können eh nur Speere nehmen. Du aber nicht. Nicht da. Hier. Puh, das ist sogar besser. Nur weniger Magie, aber das ist eh scheißegal. Dann nimm das mal. Kriegst du noch ein Rush, kriegst du Fire, kriegst Flame Edge. Äh. Hauptsache irgendwas. Was? Oh. Hätten wir das auch. Feuerschwert ist cool. Hier gibt's auch noch Event? Ja gut, dann werden wir erstmal ausrüsten und je nachdem wie die Zeit ist, ein Event im nächsten Part oder im übernächsten Part machen. Wie auch immer. Aber ich sag bis zum nächsten Mal, bis dann viel Spass und tschüss! Musik Musik